Hallo und herzlich willkommen hier auf MidiBanding Channel. Wir kümmern uns heute um die Grid Reaper Aufgabe für das Forza Horizon 5 Rally Adventure DLC. Damit loggst du auch gleich ein paar Achievements frei, welche das sind. Schauen wir uns nachher genauer an. Und ja, auch ein paar Accolades werden freigeschaltet. Über das Menü kannst du alle Herausforderungen oder Accolades aufrufen. Und natürlich gibt es da auch das Rally Adventure DLC. Neu, eine Karte, ein Reiter und neue Aufgaben, welche das sind, sehen wir hier. Die Reaper Kisten sind eben auch ein Bestandteil dieser Aufgaben. Und so sehen die aus. Die Reaper Kisten leuchten auch im Dunkeln, was man hier prima sehen kann. Ich habe versucht ein paar Kisten bei Tageslicht aufzunehmen. Um die Maximumreportation bei Grid Reaper zu erlangen, musst du einige Kisten davon einsammeln oder zerstören. Und wir sehen das jetzt hier gerade. Wir sind im Morgengrauen. Es ist ziemlich hell. Ein paar Frames später, also 5 Sekunden später, sind die gleichen Kisten verschwunden. Denn wir haben mittlerweile Tageslicht und sind am Tag. Dann verschwinden die Kisten an selber Stelle. Und ja, wir müssen das Ganze bei Nacht machen. Dann zeige ich dir jetzt hier die Stelle mit den zweitmeisten Kisten. Und das ist hier in Oro Grande. Hier wird irgendwas abgebaut und hier gibt es einige Förderbänder. Und du musst dahin hochfahren, wo der Bagger steht. An dieser Stelle habe ich die 100 Reaper Kisten eingesammelt und habe dadurch die Aufgaben alle abgeschlossen bei Reaper und habe dafür ein Achievement bekommen. Aber nicht, weil ich 100 Kisten eingesammelt habe, sondern weil ich das Maximum der Reaper, Grid Reaper Reputation erreicht habe. Du bekommst eine Idee, was du machen musst. Hier gibt es also ganz viele Kisten und die sammeln wir ein. Jede Herausforderung wurde unter den denkbar schlechtesten Rennbedingungen bewältigt. Wenn wir beide uns zusammenschließen, sind wir zur außergewöhnlichen Ding-Fade. Unglaublichen, verrückten Ding. Moment. Was meinst du mit, du hast jede Herausforderung in Sierra Nueva gemeistert? Mensch, tatsächlich? Na dann, check deine Spielliste oder... Ich weiß, ich weiß, ich habe einen großen Stapel WRC-Kassetten und alte Rallye-Videospiele bei mir. Kommst du vorbei? Mit den Grid Reaper 100 Kisten habe ich zwei Achievements ausgelöst. Da bleibt also noch eine übrig. Das sehen wir hier. Und die gerade eben freigeschalteten Achievements oder Erfolge können wir hier nochmal eben sehen. Bei Team Grid Reaper gibt es einige Aufgaben für die Grid Reaper Kisten. Wir haben einmal sammelt 30 Kisten ein und einmal 100 Kisten. Die Grid Reaper Kisten kannst du alle wieder herstellen. Du kannst nach Hause in deine Garage reisen und dann mit dem Schnellreisepunkt genau in das gleiche Gebiet hier in Oro Grande reisen. Und alle 21 Kisten erneut einsammeln. Also Respawn ist hier möglich. Also auch die Reaper Kisten sind nicht so wie gewöhnlich im Hauptspiel, dass du diese XP-Bots oder sowas einsammelst. Und dann sind die weg, für immer weg. Einmal einsammeln und dann sind die weg. Hier kannst du die Kisten immer wieder neu respawnen lassen. Hier sind also nochmal alle drei Achievements auf einen Blick. Und wir haben jetzt das Achievement mit den 150 Kisten. Leges auch den Smash Drive. Und das sehen wir uns hier an dieser Stelle. Dort gibt es 24 dieser Reaper Kisten. Also der Ort mit den meisten Kisten. Und hier sind auch besonders viele Sonnenkollektoren. Also ich glaube noch mehr als im Hauptspiel. Es gibt ja immer mal wieder so Vorzeitsformen, Herausforderungen. Wenn man so ganz viele Sonnenkollektoren zerstören soll. Du bekommst eine Idee, was du hier machen musst. Also hier gibt es 24 Grid Reaper Kisten. Und die zerstören wir jetzt alle und sammeln das Achievement ein. Und dann schauen wir uns nochmal ein Gebiet an auf der Karte, wo es die drittmeisten Grid Reaper Kisten gibt. Und das ist hier. Das sind zwar nur 16 Stück, aber die sind ziemlich konfirmiert auf einen kleinen Pfad angebracht. Also kurz mal hier über den Hügel fahren und 16 Stück davon einsammeln. Das ist schnell gemacht. Also wie gesagt, du kannst auf Menü drücken, auf Nachhausereisen drücken. Dann bist du in deiner Garage und das ganze Gebiet neu respawnen. Ebenfalls 16 Stück gibt es hier. Das zeige ich dir jetzt hier auf der Karte Devils Pass in der Nähe davon so querfällig ein. Du hast die blaue Linie gesehen. Und hier kann man so wild zwischen Strip und so einem kleinen Pfad auch ebenfalls 16 Stück davon einsammeln. Und wenn wir hier oben auf die Straße kommen, gibt es noch drei Bonuskisten hier auf der Straße entlang der Felsen so angebracht. Da kann man die noch zusätzlich einholen. So, einmal die S-Kurve noch nehmen und dann haben wir die Kisten da. Da sind sie versteckt. Also das sind die Bonus-3-Kisten. Die haben wir jetzt dazu verortet. Ja, und das war's eigentlich. Jetzt zeige ich dir noch all jene über die Karte kompakt und schnell hintereinander. Also all jene Orte, die sich nicht so lohnen. Aber einfach nur, falls dir zu langweilig wird, immer den gleichen Respawn-Punkt abzugreifen. Hast du auch hier die restlichen Red Reaper-Kisten kartiert? Bruder, das war schon alles. Ich wünsche dir noch viel Spaß hier auf YouTube. Bis dann, tschüss, bro. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Turnum Fortuna auf all deinem Weg. Hoffentlich bis bald. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Auf ein Wiedersehen.